Neuer Tag, neues Glück, Uplink auf Skychecked. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das überhaupt ist. Muss ich euch wirklich ganz ehrlich sagen. Mein treuer Begleiter, mein Bruder, lacht im Hintergrund schon wieder. Uplink bitte, du bist so doof, ey. Aber ich habe es wirklich noch nicht gemacht. Muss ich mal machen mit Uplink. Ah, das ist wieder das Quidditch von Harry Potter hier. Gryffindor gewinnt 100 Punkte. Er hat den goldenen Schnatz gefangen. Ich habe den Satellitenträger ausgeschaltet. Geil. Nimmt da halt jemand das Satellitending. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen muss. Oh Mann! Da hat jemand einen goldenen Anzug wie du. Ich dachte, das bist du, deswegen habe ich nichts geschossen. Geil. Ich hoffe, das wird was. Sorry für diese ekelhaften Kraftausdrücke, die ich ab und zu verwende hier, aber es geht einfach nicht anders. Das war wirklich schon wieder... Spielen wir jetzt hier dieses Uplink oder... Denen habe ich es gegeben, ey. Denen habe ich es gegeben. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss, dass ich werfen kann, das Ding. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss, dass ich werfen kann, das Ding. Ich weiß jetzt auch nicht, aber ich wüsste auch gar nicht, was ich... äh... Penner, ey. Verpiss dich hier. Muss man schnell nachladen. Musik Scheiße, 10 vor Blitzschlag, es kotzt mich an. Was ist denn los hier jetzt? Dann schießt er auf jemand anderes vorbei. Ich würde auch gerne mal den Ball da reinwerfen. Habe ich gesehen, dass du da sitzt, mein Freundchen, das habe ich gesehen. Wer hat denn den Ball eigentlich? Ich spüre, ich spüre die Macht in mir, aber ich spüre auch, dass andere Leute hier sind. Oh Mann! Was ist denn los mit dem? Ich kann es nicht verstehen. Hab ihn erwischt, nimmt ihn mit. Da senst einer durch die Gegend. Wo kannst du mich? Im Sensenfried. Alter, da ist alles voll. So viele? Ah, klar. Klassiker. Haben wir eigentlich überhaupt schon mal das Ding reingeschmissen? Das ist doch nochmal ein Seitenwechsel ja, oder? Ach so. Das war geil, Alter. Ich bin vorgestürmt wie so ein richtig geiler Rugby-Spieler und hab's voll reingepasstes Ding, ey. So, Runde 2. Macht irgendwie richtig Spaß, aber irgendwie das mit dem Ball ist irgendwie seltsam. Warum stirbt der nicht? Warum stirbt der nicht? Oh Mann ey, und dann geh ich wieder raus. Ich versteh es nicht, warum ich's mach. Oh, was war denn das jetzt? Jetzt kam von hinten schon einer. Es kann überhaupt gar nicht wahr sein, ey. Ich versteh das nicht. Wo sind das da die Lied? Oh nein, die haben dann reingehaut. Da kommt einer, da kommt einer. Es gibt es nicht, ey. Oh, warum ist denn da hinter mir schon einer? Da ist einer, da ist einer. Ich will auch mal den Satellit wieder haben. Ich will den Satellit. Mein kleiner Satellit, ich liebe dich. Ich hoffe, wir können uns irgendwann wiedersehen. Kommen wir vor wie so ein Basketballspieler, ey. Das ist eine mega geile Runde, ey. Sind das unsere Redskugeln, ja, oder? Nein. Ja, ich bin weg. Wolltest du mich da verarschen, mein Freund, oder was, ne? Oh, das warst du. Oh, ich bin da schocken, weil der andere auch das hat. Ich habe noch eine Drohne. Oh, das kotzt mich an, ey. Da kommt der Ansprung in hier wieder. Ah. Ja, wir haben den. Ist das unsere Geschütze, das hinten beim Uplink steht? Ja. Gott sei Dank. Und ich hoffe, sie werden nie Vampire sein. Oh, lass mich rein. Schnell. Alter, ich hab's. Ja. Oh, Mann. Ich will ein Messer, verdammt. Das regt mich auf. Immer wieder dasselbe. Das ist wirklich... Das ist ein richtig geiles... Das ist geil. Irgendwie macht das wirklich Spaß. Nicht schlecht. Du bleibst jetzt mal schön stehen, Freundchen. Ja, klar. Der senst mich wieder ab von oben. Das ist wirklich nicht nice. Nicht nice. Komm, komm, komm. Noch einmal reinwerfen. Los. Sehr gut. Die haben wir... Übelst abgezogen. Wir haben keine Chance. Unentschieden. Scheiße, Mann, ey. Eigentlich gar nicht mehr so gut wie sie sagen. Meine Güte, ey. Du hast dich interessiert, Mann. Ja. Mhm. Hörtest du am Anfang sehen sollen. Ich hab drei mit dem Ball in der Hand erschlagen. Dritte Runde? Boah. Ich glaube, wer den nächsten Ding macht, gewinnen, oder? Ja, klar. Und jetzt... Nanananananana. Du kommst hier nicht her, Freundchen. Sehr gut. Ich hab ihn mitgenommen. Nimm die Kugel und hau ab, Junge. Ich hab einen in rechts erwischt. Nein. 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 Oh, scheiße. Ich häng fest. Oh, Mann. Ich war kurz bevor sie aufzunehmen. Was tut die geworfen, oder was? Oh, Mann, ey. Dann schießen sie aus alle Richtungen natürlich auf dich. Oh, zu kurz gesprungen. Nanananananana. Au. Der ist im Treppenhaus. Der ist im Treppenhaus. Meine Güte, ey. Jetzt geht's wieder los. Jetzt bin ich wieder hier. Ein bisschen hier wieder am Absteigen. Das regt mich richtig auf. Das regt mich richtig auf. Wo ist er denn? Es kotzt mich an. Es kotzt mich an, ey. Das war ein Mist, ey. Wir haben alles gegeben. Hä? Gibt's zwei Runden bei Unentschieden, oder was? Ich hab' keine Ahnung, oder was? Geil, ey. Ich glaube, das ist jetzt ein Zeitschlag von gegen 81. Äh, 98. In was? Dass er die Dinger reinwirft, oder was? Hau rein! Hau rein! Timi, ich bin da! Was? Warum hast du ihn jetzt gezählt? Ich hab' drin. Was ist denn los? Warum hast du ihn nicht reingekauft? Du warst doch statt. Nein, wir brauchen mal. Ich hab' dich nicht gezählt, oder was? Ich hab' noch mal gesehen. Ja, ich hab' noch mal gesehen. Ja, ich hab' noch mal gesehen. Ich hab' noch was zu geblüten. Ja, ich hab' noch zu glüten, oder. Ich hab' noch zu blüten, oder? Ich hab' noch zu blüten, oder? Der ist aus der Katte rausgeflogen. Teufel. Das regt mich so auf. Das kann doch gar nicht sein. Wie kommt denn der da so schnell durch? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber es war trotzdem geil. Auch wenn wir im Nachhinein verloren haben. Ergärsliche Leistungen. Ich habe alles gegeben. Was willst du von mir? Komm mal zu mir heim, dann rasiere ich dich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, schön macht er das. Schade, schade, schade. Na ja, Leute. Wer auch immer zugeguckt hat, viel Spaß. Am restlichen Sonntag oder Montag oder Dienstag oder wann auch immer ihr Geier das anguckt. Schönen Tag noch. Servus. Schade, 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 schade. Bis zum nächsten Mal.